Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 18. August 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1064. Heute mit den folgenden Themen. Offener Brief, iCloud, Google Maps, Shareplay, Boston Dynamics und Satoshi. Ich beginne mit einem offenen Brief. Und einen solchen schreiben Journalisten aus der Schweiz, aus generell deutschsprachigen Ländern. Und die schreiben an den Bundesrat. Und zwar in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wie gesagt, sammeln sie Unterschriften und eben Menschen, die sich daran beteiligen, weil die neue Geschichte, die Apple einführt, nicht nur eben gegen Kinderpornografie gehen könnte, sondern eben auch weiter. Eine Gefahr der Pressefreiheit. mit LGBT-Gemeinschaften und auch politisch gefährdete Menschen sehen das sehr, sehr, sehr unschön. Und ja, am besten hört ihr mal in die letzte Geek Talk News Folge rein. Da habe ich mit dem Maik kurz darüber gesprochen. Weiter gibt es, und da ist der Maik auch gleich wieder im Thema, ein neues Update für iCloud für Windows, der gleichzeitig, oder das gleichzeitig auch der Passwort-Manager, die den Schlüsselbund, den Apple in der Cloud hat, mit in Richtung Windows schiebt. Somit kann man, wenn man keinen alternativen Passwort-Manager hat, auf einen solchen zugreifen. Und ja, tut das, einen solchen Passwort-Manager zu haben? Im schlimmsten Fall natürlich den von Apple selber, aber das ist natürlich besser, wenn man da was Externes hat. One Password ist da zum Beispiel eine Lösung, es gibt aber noch viele andere. Dann gibt es einen neuen E-Bike- und E-Scooter-Anbieter, der in die Google Map integriert wird. Und das ist in diesem Fall jetzt und heute, wie gesagt gestern, die Firma Spin. Das ist ein Tochterunternehmen von Ford und die könnt ihr, oder dessen E-Bikes und E-Scooter, könnt ihr in 84 Städten weltweit nun eben in der App drin finden und dann darauf zugreifend schauen, wo der Nächste ist. Für die Buchung werdet ihr aber nach wie vor in die jeweilige App weitergeleitet. Dann geht es weiter mit Apple, und zwar iOS 15. Genauer gesagt mit der Funktion SharePlay und wie in den letzten zwei, drei Jahren üblich, gibt es die eine oder andere Funktion, die sich beim Start von einem neuen iOS-Betriebssystem verzögert. Dieses Mal ist es die, auf die viele gewartet und gehofft haben, zum Beispiel meine Mädels, die Funktion SharePlay. Damit lassen sich Musik, Fernsehsendungen, Films etc. synchronisiert anschauen, hören, geniessen. Das wird sich verzögern. Wie lange und so weiter ist aktuell nicht bekannt. Ich hoffe aber, dass es trotzdem bald kommen wird. Und von Zeit zu Zeit spreche ich hier im Podcast auch über Bossend Dynamics und deren ihren menschenähnlichen Roboter, die immer verrücktere Dinge machen. Das neueste verrückte Ding ist Parkour laufen. Die Dinger können nämlich jetzt Parkour. Und das ist heftig. Wenn ihr euch das Video anschaut, da läuft es einem kalten Rücken runter. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen Gadget-Tipp. Eines, das mich nächstens erreichen wird. Der Satashi Aluminium Stand Hub wurde jetzt auch für den europäischen Markt freigegeben. Das ist ein Hub, den ihr mobil oder auch im Office verwenden könnt. Mit einer kleinen Dockingstation, wo ihr das iPad Pro reinlegen könnt. Anschliessen und ihr habt HDMI, USB, USB-C, 3,5 Meter Klinkenstecker und MicroSD sowie SD-Kartenzugang. Somit könnt ihr unterwegs auch einfacher, besser und schneller eure Videos bearbeiten und andere Geschichten logischerweise damit machen. Ich freue mich schon auf das Gadget. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Starten der Tag. in den Tag und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.